Zum Glück gibt es den Berufsstand der Theologen. Denn wir sollten ein einfaches Gemeindemitglied denn wirklich beurteilen, was in der Bibel auch heute noch gilt, was einfach nur zeitbedingt Ausdruck der antiken Kultur von damals ist und was wirklich dem Schöpferwillen Gottes entspricht, zeitlos bis heute auch noch gilt und für uns verbindlich ist. Ein Glück gibt es uns Theologen. Wo wir eine solche Botschaft unserer Gemeinden hinaussetzen, da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn selbst die Gemeindemitglieder, die seit Jahren und Jahrzehnten in den Hauskreisen Gottesdienst kommen, wenn sie sich scheuen, Antworten zu geben, wenn sie unsicher werden und dann, wenn sie jemand fragt, eher antworten, oh, frag doch lieber mal meinen Pastor. Und das ist zutiefst unevangelisch. Denn gerade unsere Konfession als evangelische Christen lebt davon, dass es nicht irgendwelche sogenannten Experten gibt, sondern dass jeder Christ dazu berufen und beauftragt ist, ein mündiger Christ zu werden, dass er selbst sprachfähig wird in Auseinandersetzung mit Nichtchristen, in Gesprächen und selbst in der Lage ist, Antworten auf Fragen der Lehre und der Ethik des Verhaltens zu geben. Die Reformation von Martin Luther hat gerade dort drin ja auch ihren Ursprung, dass er sich nicht irgendwelchen kirchlichen Autoritäten unterordnen wollte, dass er nicht einfach nur dem Papst oder den Konzilien gehorsam sein wollte, wenn er zu einer anderen Überzeugung gelangt ist, begründet mit der Heiligen Schrift. Denn es geht nicht darum, dass jeder selbst glauben und sagen kann und leben kann, wie er will. Nein, es geht darum, wie komme ich zu einer wirklichen Überzeugung, was der Wille Gottes ist. Martin Luther hat auf dem Wormser Reichstag im April 1521 den Satz gesagt, wenn ich durch Zeugnisse, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Heiligen Schrift unklare Vernunftgründe überwunden werde, so bin ich durch die von mir angeführten Stellen in der Heiligen Schrift überwunden und mein Gewissen ist gefangen im Wort Gottes. Dies war und ist und sollte nach wie vor unsere Formel in der Auslegung der Hermeneutik sein, unabhängig davon, ob ich Theologie studiert habe oder nicht. Denn davon sollen wir heute noch lernen. Das heißt, wie können wir das sichtbar machen? Wie sollen wir umgehen bei Auslegung der Heiligen Schrift? Also Martin Luther sagt, der Ausgangspunkt ist immer die Bibel. Wir nehmen keine anderen Maßstäbe, sondern wir fangen an, in der Bibel zu lesen. Sie ist der verschriftlichte Wille Gottes. Hier lesen wir drin, was Gott von uns will, schwarz auf weiß. Aber um die Bibel besser zu verstehen, ist das zweite Prinzip als Hilfsmittel dazu, dass sich die Bibel selbst interpretiert. Die Bibel legt sich selbst aus. Das heißt, dass ich nicht einfach nur einzelne Stellen aus dem Zusammenhang reiße, sondern dass ich gucke, was steht davor, was steht danach oder was wird an anderen Stellen in der Schrift dazu diesem Thema und zu dieser Frage gesagt und beschrieben. Wie wird diese Frage ergänzt oder noch erweitert? Als nächstes Prinzip ist dann die Logik. Martin Luther hat eben auch auf die Logik verwiesen, die uns helfen kann, tiefer den Willen Gottes zu verstehen. Und wir brauchen nicht zu meinen, dass mit uns das Rad neu beginnt, sondern die Tradition. Sie ist das, wo Gott eine Gemeinde zusammengestellt hat und uns als Brüder und Schwestern in der Gemeinde zusammengestellt hat, wirklich ihm nachzufolgen. Die Tradition ist eine Hilfe für uns. Und als letzte Stufe ist die Erfahrung. Da an diesen Stellen, wo ich persönlich mit Gott Erfahrungen und Glauben gemacht habe, wo ich immer lebt habe, auch das ist eine Hilfe, die Bibel und Gottes Willen immer besser kennenzulernen. Aber wichtig ist die Reihenfolge. Ich setze nicht für meine Erfahrung an. Mein Glaube basiert auf meiner Erfahrung, auch nicht auf der Tradition, sondern Auslegung. Der Ausgangspunkt ist immer die Heilige Schrift. Und diese anderen Hilfslinien sind wie konzentrische Kreise, die uns helfen, immer tiefer den schwarz auf weiß verschriftlichten Willen Gottes besser zu verstehen. Natürlich haben Theologen hier einen gewissen Wissensvorsprung in der Bandbreite. Das ist auch nicht schlimm. Dazu haben wir Pfarrer und Pastoren ja auch. Aber das Entscheidende ist, dass nicht ihr Urteil gilt, sondern jeder einzelne Christ aufgefordert ist, täglich in der Bibel zu lesen, aus dieser Kraftquelle zu schöpfen, darin zu lesen und zu lernen. Und dass unser Vorbild ist, so wie Martin Luther es gesagt hat, dass unser Gewissen immer tiefer gefangen ist im Wort Gottes. Darum sollten wir hier ringen. Das ist wirklich evangelisch.